Bei der Fütterung von eurem Beagle müsst ihr ganz genau darauf achten, dass er nur genau 130 Gramm Futter pro Portion kriegt. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen was rausnehmen. Hier. Noch ein bisschen was. Hier. So. Seht ihr? Perfekt, 100. Okay, da ist ein bisschen wenig. Das machen wir wieder rein. Zwei Stück. Vielleicht auch drei. Okay, drei reichen. So. So, perfekt. Und genau so darfst ihr das jetzt essen. Genau 130 Gramm, Freunde. Das ist doch klar, oder?